Was geht meine Freunde? Willkommen zum nächsten Part von WWD hier auf meinem Kanal. Inzwischen auch schon der fünfte Part und ich wundere mich... Ah jetzt, man läuft ja mit den Pfeiltasten. Genau, erstmal ein bisschen Licht, dass wir auch was sehen. Und ja, wenn euch das Video gefällt natürlich an der Stelle, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten versuchen wir doch mal weiter, die Rätsel in diesem Haus des Grauens zu lösen. Genau, ich hoffe, wir kommen einigermaßen gut vorwärts. Wir haben ja immer noch den Schlüssel von Grego hier. Dadurch müssten wir noch in ein Zimmer zusätzlich reinkommen, was verschlossen war. Jetzt muss ich mir gerade überlegen, welches das war. War das das hier? Genau. Und dann schauen wir doch mal... Ah, das ist der Falsche. Genau, schauen wir doch mal, was wir hier in dem Zimmer so finden. Wir haben wieder eine Truhe. Aber können wir nichts machen mit. Ich habe sie erneut gesehen. Heute. Im Haus. Es sind jetzt noch mehr. Sie rennen, lachen und spielen durch die Flure und Zimmer. Ich weiß, dass es nicht meine sind, aber dennoch. Ich sorge mich, dass ich anfange, sie zu lieben. Ich habe begonnen, ihnen Namen zu geben. Sie meint vielleicht die Puppen? Ich habe meinem Mann von ihrer Anwesenheit erzählt und er wurde verwütend. Ich fiel zu Boden. Meine Ellbogen tut mir... tut von dem Fall noch immer weh. Er sagt, ich muss darüber stillschweigen bewahren. Alles vergessen. Aber wie ist das auch nur möglich? Sie sind wieder hier. Sie sind genau in diesem Moment an meiner Seite und weinen. Sie meint hundertprozentig diese Puppen? Ein Brett. Darauf befinden sich drei Vögel und ein Mann. Die Figuren sind aus Blei. Sie sind festgemacht und unbeweglich. Lasst uns das mal merken. Die Raben bilden ein Dreieck und der Mann ist unten in der Mitte. Ist das ein Elefant? Ja, so ein Spielzeug-Elefant. Oh, guck mal, hier liegt wieder so eine Puppe. Unheimlich. Warum liegen diese großen Schaufensterpuppen im Bett? Vor allem, die sieht aus, als hätte sie ein Loch im Magen. Oh, ich habe eine Kurbel bekommen. Oh, ich weiß auch, wofür wir die gebrauchen können. Sonst, ist hier noch irgendwas zu holen? Was ist das hier? Aha. Ah, da kommt... Ah, ach so, okay. Oh nein. Wir müssen raus. Denn... Ähm, in den Gartenschuppen. Dort war ja dieses, ähm... Ja, dieses Sägewerk haben wir ja dort. Mit dem kleinen Loch. Ähm... Ich glaube, unten lang muss ich. Genau. Hier war es gewesen. Scheinbar steuert diese Maschine die riesigen Radialsägen da drüben auf. Der Vorderseite befindet sich eine Öffnung. Jawohl. Läuft, oder? Und was bringt uns das? Ah. Oha, Blut! 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 Ist das echtes Blut? Was für ein Grauen wartet da drinnen? Ein mittelgroßer Holzklotz. Nichts Nützliches. Ja. Und jetzt? Ah, warte mal. Haben wir irgendwas? Genau. Nee. Das hier vielleicht? Nee, auch nicht. Vielleicht muss ich die Säge ganz hinterfahren. Was bringt... Verstehe ich nicht. Ich kann ja... Nichts machen. Können wir mit dem Brecheisen vielleicht so eine Kiste aufmachen? Geht das? Nee, geht auch nicht. Okay. Gut, dann war es das anscheinend jetzt. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Ich weiß nicht weiter. Wir können natürlich alternativ versuchen, hier draußen noch mal ein bisschen die Gegend zu erforschen, ob wir hier irgendwas finden. Können wir hier noch weiter oder ist hier fertig? Nee, hier ist fertig. Das... Das weiß ich halt immer noch nicht. Was wir hier machen müssen. Ich kann natürlich versuchen, wieder auf gut Glück jetzt da irgendwas zu machen. Aber ob das wirklich so schlau ist? Beziehungsweise... Weiß auch nicht, wie lange das jetzt hier dauert. Steht da irgendwas? Nee. Kann man auch nichts machen, ne? Keine Ahnung. Und hier? Nee. Da würde ich gerne rein. Ja, guck mal. Hier oben haben wir auch noch was. Äh, ich kann einen kleinen Friedhof sehen, aber er ist zugesperrt. Geht auch nicht. Mann! Was haben wir hier? Was? Quer über diesen dicken Ast hängt ein Metalldraht. Hm, der Ast wirkt, ähm, hohl. Fast so, als ob man im Inneren etwas klingen hören könnte. Kann ich den irgendwie... Ja! Baumzweige habe ich bekommen. Wofür brauche ich denn Baumzweige? Oh, guck mal, hier sind diese Raben. Aber wir müssen ja noch da reinkommen. Da müssen wir auch noch irgendwie rein. Was bringen mir Baumzweige? Klein, stark und hohl. Ich fand sie draußen am Wassertank hängen. Ich glaube, ich kann etwas darin klingen hören. Klären. Ah, warte mal, warte, warte. Oh, Entschuldigung. Dü, 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 dü. Läuft noch alles? Läuft noch alles. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ich habe eine Idee. Meint ihr, wir können die Baumzweige auf das Sägeblatt tun? Lass uns das mal versuchen. Vielleicht kriegen wir noch einen Schlüssel oder irgend sowas. Warte, hier unten war das Sägewerk, ne? Genau. Ach, was drücke ich denn? Jawoll! Mal schnell am Ohr kratzen. So. Let's go! Uh, wir haben einen Schlüssel. Was ist das für einer? Kreuzschlüssel. Für den Friedhof. Für den Friedhof, denke ich mal. Lalalalalo. Wir kommen gut voran. Das muss fast der Friedhof sein. Das Rätsel hier unten ist mir noch extrem unschlüssig. Oder da bin ich mir noch extrem unschlüssig. Schauen wir mal. Perfekt. Also. Jetzt müssen wir das mit den Raben richtig machen. Können wir die irgendwie verscheuchen oder so, die Raben? Uh, Tatsache. Okay. Okay, okay. Im Dreieck müssen die sich bilden. Du haust mal ab. Hier rüber. Na, nein. Nein. Oh, das dauert jetzt. Nein, der ist richtig. Nein, der ist richtig. Ist nur noch der da. Jawoll. Und ich hier. Ein Grabstein. Die Grabinschrift ist nicht wirklich lesbar. Oha. Ein winziger Schlitz hat sich geöffnet. Und im Inneren leuchtet etwas. Libichio-Schlüssel. Genau. Oh, wo war denn das nochmal? Irgendwo unten im Keller oder so, ne? Jetzt müssen wir nochmal rein. Ich mag diese kleinen Rätsel. Ganz ehrlich. Das Game muss ja nicht immer gerade so mega krass grafisch animiert sein. Mit einer möglichst hohen Pixeldichte. Das reicht mir. Das reicht mir. Warte, wo ist denn der Eingang nochmal gewesen? Wir kommen der Lösung des Rätsels immer näher, meine Freunde. So, erstmal tun wir mal schnell kurz speichern. Nicht, dass wir sterben. Danke. Oh, jetzt müssen wir nur gucken, dass unsere... Was ist? Der geht's dir wieder gut, oder? Verlies, geht es dir gut? Was ist los mit dir? Ob es mir gut geht? Ich bin falsch, nicht wahr? Ah, ist das nur eine Puppe vielleicht? Du schämst dich für mich. Warum werde ich auf diese Weise behandelt? Was habe ich gemacht? Ich höre sie. Jeden. Alle in der Stadt sagen, armer Mann. Seine Frau ist eine Bürde für ihn. Sie ist böse, wahnsinnig, kinderlos, unfruchtbar, eine Schande. Du liebst mich nicht mehr, oder? Sag es mir. Hör auf, mich zu ignorieren. Hör auf. Das ist nicht alles wahr. Ich bin hier, oder? Kannst du nicht sehen, was passiert? Du verhältst dich nicht normal, Felice. Du hast versucht, mich umzubringen. Ich? Nein, Lügen. Ich kann es deutlich in deinen Augen sehen. Hass, du hast etwas vor. Nein, bitte nicht. Wieder dieser Ort. Eher sterbe ich. Nein. Jetzt wird sie wieder böse. Übertreib es nicht. Felice, hör auf. Rühr mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Ja, scheiß auf die. Also, gehen wir jetzt erstmal, oder müssen wir da nachlaufen? Lass mal gucken. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Entschuldigung, das war glaube ich ein bisschen laut. Wo ging es denn nochmal in den Keller? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin jetzt gerade ganz falsch. Ah, ich weiß, wo lang. Da läuft sie. Ist mir egal. halt die Gorsche. Ich glaube, hier ging es ja durch das Maul. Genau. Und dann kommen wir jetzt irgendwann in den Weinkeller. Genau. Was wir halt mit dem Brecheisen machen können, das weiß ich halt bis heute nicht. Ich hoffe, das ist nicht allzu wichtig. War das nicht hier irgendwo gewesen? Ah, ich weiß es nicht. Nee. Hier? Auch nicht. Verdammt. Oder hier war das doch irgendwo. Nee. Ich hoffe, die folgt uns nicht. Das. Oh nein, die kommt nach. Verdammt. Mal, ich will nochmal speichern, sonst müssen wir uns das Geräte nochmal anhören von denen. Ja, ist gut. So. Wo war denn nochmal das Zimmer gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Wo ist die? Oh. Tschüss. Oder hier hoch. Nein, nicht wieder runter. Ich deb. Okay, das kann gut sein. Warte, hier war das glaube ich irgendwo. Okay, muss verschlossen sein. Ja. Hier? Verschlossen. Och, komm jetzt. Nee, das ist es auch nicht. Uh, war ich hier schon drin? Äh, alles voller Blut. Ihr geht, was ist hier für ein schrecklicher Gestank? Die Badewanne ist voll mit zäher roten Flüssigkeit. sehr wahrscheinlich Blut. Der Wasserhahn funktioniert nicht. Ertrunken ist ungeziefer. Einfach toll. Hier gibt es nichts. Nichts. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Licht vorsichtshalber schnell ausmachen, wenn ich rauskehre. Nicht, dass die da gerade steht. Ah, wo war denn dieses Zimmer von dem? Wieso habe ich diese Räume denn nicht untersucht das letzte Mal? Eine leere Badewanne, wobei ich, ähm, die Überreste einer zähen roten Flüssigkeit erkennen kann. Ja, Blut, mein Freund. Nichts nützliches. Ekelhaft. Alles voller toter Insekten. Das Wasser fließt nicht. Gut, dass ich keinen Durst habe. Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende, meine Freunde. Ich weiß nicht mehr, wo das Zimmer ist. Wir gehen nochmal ein bisschen hoch, eins. Vielleicht ist es hier. Ich weiß es nicht. Nee. Hier war doch auch ein Zimmer, was verschlossen war, oder? Aber ich glaube nicht, das war, ähm, von der anderen Seite zugesperrt. Also von der Seite kommen wir sowieso nicht rein. Ah, wo war denn das Zimmer von dem? Muss ich jetzt ernsthaft nachgucken? Warte, ist hier noch was? Nee, da kommen wir wieder im Anfangsraum raus. Und hier unten? Nein! Hier oben waren eigentlich keine Zimmer mehr. Das war irgendwo ein Stockwerk weiter unten, glaube ich. Oh, wieso wartet die denn da auf mich? Warum ist die jetzt einfach in dem Zimmer gewesen? Was ist denn das für ein Zimmer? Ah doch, hier war ich schon drinne, logisch. Warte, ich will mal in das Zimmer reingehen, wieso war die denn jetzt da drinne? Oder war das einfach nur Zufall? Ah, das ist das Zimmer von der anderen Seite, verstehe. Okay. Nee, hier sind... Muss ich jetzt ernsthaft schnell meinen alten Videos nachgucken, wo das Zimmer von dem war? Das war irgendwo unten, ich weiß es. Was ist das hier? Ah, da kommen wir wieder hier rein. Egal, ich gehe trotzdem nochmal unten gucken. Ich wette, wir haben da was übersehen. Wir können ja rennen. Geht ja alles ganz ratzig schnell geht das alles hier. Bringt nix, gell? Nee. Ich weiß immer noch nicht, wofür ich die brauche. Vielleicht ist es fast in der Mitte? Na, okay. Ja, easy. Lassen wir das mal. Warte mal, da unten war auch nichts mehr gewesen, gell? Nee, da war nichts mehr. Nee. Da war auch nichts, da war auch nichts. Haben wir alles schon gesehen? Und hier kommen wir ja sowieso nicht rein, das sind ja nur wirklich Gittertüren. Ja, und jetzt sind wir theoretisch wieder auf der anderen Seite des Hauses. Haben wir alles schon gesehen? Das Puppenzimmer. Hier waren wir auch schon, da war das Schachbrett. Da haben wir ja einen Schlüssel. Hier haben wir den Gregor-Schlüssel her. Oder wie auch immer der nochmal heißt. Na. Okay, ich geb's auf. Also, das muss hier irgendwo sein. Ist hier ein Zimmer? Aha. Hier kommen wir hier rein. auch interessant. Auch interessant. Verschlossen. Ah, hier haben wir es doch. Perfekt. Hab. Jawoll. Ich hab gewusst, das war hier irgendwo das Zimmer. Oh nein, die wartet hier. Greift die mich an? Ach, die war als Geist, war sie hier. Was haben wir hier? Eine Handsäge. Was bringt mir die? Zwar nicht die stabilste Handsäge, doch mit etwas Geduld könnte man damit feines Holz sägen. Wofür auch immer? Vielleicht ergibt sich uns das gleich noch? Ich wär jetzt drauf gekommen, das hier zu sägen. Nee. Verdammt, wofür brauchen wir die Handsäge? Zange? Das auch nicht. Feines Holz können wir sägen. War hier hinten irgendwas? Nee, nur noch der Brunnen, ne? Feines Holz, feines Holz. Wieso sollten wir feines Holz zersägen? Wollen wir nochmal ins Sägewerk gehen? Vielleicht können wir ja das Holz auseinandern, ich weiß es nicht, wir gehen ins Sägewerk nochmal. Das ist so das, was mir jetzt kommen würde, wenn ich eine Handsäge höre. Schauen wir mal nach. Vielleicht können wir damit, ich glaub, das ist ja ein ganzer Holzstamm. Naja, war mir klar. Die gehen alle nicht die Sachen. Und das da? Auch nicht. Keine Ahnung. Soll ich mit der nochmal durchfahren, mit der Säge? Aber wir sind ja schon durchgeschnitten. Ja, nee, da ist nichts mehr. Das ist alles schon durchgeschnitten. Wieso sollten wir Holz zersägen? Ich weiß es nicht. Holz, Holz, Holz. Haben wir irgendwas gesehen? Mit Holz? Holz? Das bringt mir hier auch nichts weiter hier draußen. Und hier kommen wir halt auch nicht rein, ne? Das Schloss dieses Tores ist vollkommen nutzlos. Ich glaube sowieso nicht, dass ich es öffnen könnte. Ah, ich dachte gerade schon, schade. Ja, aufbrechen können wir es nicht, ne? Tut mir leid, wenn ich gerade so ein bisschen wir durcheinander tippe, aber eher, dass ich dann vergesse. Friedhof waren wir schon? Hier ist auch nichts mehr, ne? Hier haben wir nur den Schlüssel her. Nee. Okay. Und da oben war nur noch dieses, ähm, dieser Wassertank. Das war's. Wir müssen wieder ins Haus rein. Okay, vielleicht ergibt sich was, wenn wir nochmal in den Hauptsaal reingehen bei dem Haus. Oh, die Zeit läuft uns davon, Leute. Ich glaube, ich muss den Part leider schon beenden. So. Also, Leute, dann werde ich an der Stelle jetzt den Part beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie es sei, schaltet auf jeden Fall morgen auch rein. Und ansonsten würde ich sagen, bewertet das Video ruhig positiv und checkt meinen Instagram- äh, Instagram-Account ab. Haltet die Ohren steif, euer Neher und ciao! Bis zum nächsten Mal.